Jetzt geben wir Vollgas, Zocker mit Herz und die volle Dröhnung ab, jetzt! Moin und herzlich willkommen, hier ist Phil, euer Zocker mit Herz, wir spielen weiter gegen den Haars, Burst by Sleep. Final Mix. Wir haben letzte Folge tiefer Weltraum erledigt mit 626, dem lieben Stitch. Und jetzt geht's ab ins Nimmerland. Ähm, er hat sich das ja gewünscht, ich werde die Kampfarena mir angucken, wenn das letzte Level freigeschaltet ist, oder vorletzte, wenn es zum Schlüsselfriedhof geht. Ich glaube, ich habe dann da die Wahl und dann werde ich da mal reingucken und ihm das mal zeigen. Ja, jetzt geht's ab zu Peter Pan, diese Welt besucht. Letzte Folge haben wir auch wieder ein schönes Schwert gekriegt. Ähm, ja. Und jetzt geht's ab zu Captain Hook und Zmi. Hey, habe ich auch gefeiert, aber ich feiere die echte Verfilmung mehr, die Hook heißt, wo Peter Pan von Robin Williams gespielt wird. Ein geiler Film. Wer ihr noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Oh. Würdest du dich sagen, geht's los, wa? Wie sie ist ja cool. Der Frostfug ist ja crazy. Und dann werden die halb so eingefroren. Nee, das war auch nicht der Frostfug kann es sein. Doch. Irgendwie schon, wenn er trifft, ne? Cool. Hat auf jeden Fall was. Aua. What, der macht gut damage, muss ich schon sagen. Das ist schon geil. Zack. Hohoho. Easy. Boah, die Gewoller waren auch mies, glaube ich. Die haben auch gut damage gemacht. Und Frostfug, zack. Easy. Zarafzafzaf. Oh, die Windbräuche eigentlich für die Vögel. Zack, zack. Boah, 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 boah. Easy. Ja, ich hoffe, ich hatte, ihr hattet auf jeden Fall einen schönen Tag. Wenn nicht, dann lasst ihn mich ein wenig versüßen. Ich hoffe, ihr habt schön was zu trinken am Start. Das war knapp, würde ich sagen. Gut, dass ich ja noch meine Animation war, sonst wäre das, glaube ich, übel geworden. Okay. Einmal kurz berührt, instant tot. Krass. Oh, jetzt habe ich die alle nochmal. Eieieieiei. Ah, ihr seid lame, aber das war echt. Krass. Irgendwie kann ich auch einschläfern, nur da die Zeit anhalten. Aber vielleicht ist das wahrscheinlich auf irgendeinem Zauber drauf. Das weiß ich nicht mehr genau. Schlaf, wisst ihr? Das kann sein. Ich bin, glaube ich, vergiftet gerade, kann das sein. Ich war vergiftet. Kau blocken, alles. Hoch. Easy. Zapp, 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 zapp. Na. Eigentlich sollte ich mir Zeit lassen, ne, bis alles wieder da ist. Ouch. Das trifft dann immer nach oben. Alter. Nervst. Ich hoffe, ich verlasse jetzt hier nicht gleich die Base. Ja, komm her, bitte. Ja, super toll. Ins Leere geworfen. Oh nein. Ich komme nicht raus. Ich konnte nicht mal abwehren, Alter. Ich habe immer zu... Im Rücken gekriegt. Ich habe gleich keinen Bock mehr. Alter, ich hatte so Bock auf das scheiß Spiel. Auf das geile Spiel. Und jetzt... Ich habe immer zu viel geprügelt, Alter. Ich habe immer Dauer-Damage gekriegt. Oh, das nervt. Alter, ist das demotivierend. Ich habe immer zu viel geprügelt. Weil die da sind. Weil die da sind. BAM! Da wollte ich mich gerade hauen. Alleine, wenn man ihn nicht zu Wort kommen lässt, ist er easy. Das hätte ich jetzt gleich gebraucht. Das war knapp. Die sind gar nicht in der Nähe, ne? Egal. War trotzdem cool. Oh, nochmal. Ah, die sind verwirrt ein bisschen. zwischendig. Und jetzt schon wieder. Okay. Dann haben wir das. Die sind gewinnt. Oder? Uw, freist es. Ich mach mich? Die sind gewinnt. Die sind gewinnt. Und jetzt? Nächste ist hier. Mann, 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 Mann. Drei Anläufe, da. Darauf muss ich erstmal einprosteln. Mit Water. Natürlich. Und komplett. Wir würden die Fienden auf den Bremsen, wir würden. Weil ich ihnen ein bisschen, das und das. Und nicht denken, dass deine Erwartung einst, dass du meine Träger bekommst, verstehst du? Ich bin nicht nach deinem Wachstum, Kapitän. Ich bin für eine Person. Ein Junge, mit einer Maske. Ring eine Bellen? Nein, nicht eine. Figuren. Das ist mir, dein Blüterer-Barnagel. Oh, wir sind weg. Wir werden diesen Ort verlassen, bevor die Licht sie wiederholfen. Hey, hold on. Was hast du gerade gesagt über die Licht? Ah, ja, das ist wirklich hart-freundlich. Diese Schuss, duhst du, hat die Licht gesammelt von überall. Und ich habe einen Freund, einen Mann, der sicher versucht, ihn zu versuchen. Ein Mann, der nach der Licht. Wenn es nicht Benidus ist, dann wer? Hey, warum kann ich dir helfen, um die Licht zu halten? Vielleicht kannst du mir mehr erzählen über diesen Mann, der dich beschäftigt. Was ist er? Etal-Path! Dafür sind wir jetzt gut genug, ja? Karte, ne? Ne, okay. Aber erstmal gucke ich... Geil, geil. Jetzt gucke ich mal, was ich glaube nicht. Ne, das ist das höchste Wicker. Okay. Ähm... Eisrar... Oh, warte, 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 war das der? Ne. Hm. So. Das habe ich. Muss ich Feuer machen, ne? Feurer... Frostwurf ist hoch. Giftklinge, Blitz, Sturz, Feuersturz. Hab ich... Ach, hab ich nicht, okay. Na ja, und dann... Feurer... Feurer... Ja, ist klar. Feurer, Feurer, nochmal Feurer. Ich könnte jetzt über Feurer leveln und ich könnte Eisgar leveln. Gute Frage. Hm. Ich nehme mal Eisgar, Feuersturz, Vigra ist voll. Aerogar ist voll. Dann mache ich hier... Ich kann mir aus Feurer, Feurer nochmal Feurer machen. Wenn es bedarf. Aber erstmal level ich Feurer. Vita habe ich nur Vita, ne? Reicht Vita? Wenn ein Gegner kommt, ein Gegner nicht. Aber ich... Ich mache das erstmal so. Äh, warte mal. Vorher ist das voll schon. Ne, ist es noch nicht voll. Na, gucken. Ich heile mich damit nicht viel. Ich glaube, ich verfehle mich damit. Na, mal gucken. Oh, speichern. Das gehört erstmal. Ne, ne. Karte. Ne. So. Ich hoffe, ich habe jetzt umsonst sortiert und jetzt gibt es gleich was cooles zum kaufen. Erstmal speichern, ne? Bevor man was verkehrt. Zack. Ja. So langsam kommt der Bock wieder und ich habe mich erholt von den doofen Gorillas. Aber die kommen ja nochmal. Hab ich das schon gekauft? Ich weiß so, dass es geil war. Ja. Ich glaube, ich habe es noch nicht gekauft. Ja, das würde ich mir gerne kaufen. 1700 oder? Ja, das würde ich mir gerne kaufen. Ich verbringe eine Vita. 75 nur. Fesseln. Gemach. Supertränke. 40 nur. Ich verbringe nicht viel zum Verkaufen, Alter. Ich will das haben. 1,7. Krass. Da geht es auch lang, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo wir jetzt hin wollen. Ah, hier das ist das Baumhaus von den verlorenen Jungs oder wie sie hießen. Und der Feuersturz ist geil, weil er dann so nach vorne prescht und Schaden macht. Aoe. Heilen. Brauche ich nicht. Das ist schon egal. Der macht gut Schaden damit. Das geht aber. Die kleineren Sachen gehen wirklich schneller. Hier ist nicht mehr noch. Kader oder was? Supertrank. Vielleicht verkaufe ich die irgendwann. Ich muss was? Schnell zum Schädelfelsen. Okay. Okay. Die Kameras. Manchmal on point. Lol. Hat er gar nicht getroffen. Der Feuer ist es jetzt voll? Und zack. Ist der unten gelaufen? Unten gelandet? Ich hab keine Ahnung. Easy. Ich muss mal meine Leiste da wieder voll machen hier. Meine D-Link Leiste. Lol. Lol. Mache ich hier? Nein, ist ich auch nicht. Wollte ich ja nochmal wieder, ne? Oder? Ja. 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 Hm. Dann muss ich mir nochmal wieder kaufen, wa? Dass ich zweimal wieder noch mache? Oder was? Gucken wie teuer das andere ist. Aber... Alle. Was mache ich hier manchmal? Das weiß ich selber nicht. Vitra. Dann kann ich jetzt hier noch was... Ja. 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 Dann nehme ich hier noch einmal Ablutzrohr dazu. Aber... Ich gehe nochmal zurück. Guck mal wie teuer das ist. Dann war ich fertig. Das ist mir noch lax, oder? Ist nichts mit Attackieren hier. Das ist mir immer wieder noch immer gebeten. Ich bin da Messenger. Ja. Ich bin da aus, das ist mir immer gebeten. Ich bin da. Jetzt. schön die wiener kann sein dass ich kaum treffe so hole ich mir mal schnell noch mal wieder gucken wie teuer das ist ja genau war ich zu früh wieder ja ich level das dann fix das ist günstiger selbst wenn ich jetzt einmal kriegen sollte und mich im hinteren weiße mit jungen vergleich aufs investiert dann ich bin jetzt einmal raus und einmal wieder sein kann ich sie wieder so gut dann hast du schon fast zu ende die folge ich würde sagen wir level da noch ein bisschen nächste folge geht es weiter oder vielleicht reicht das jetzt auch schon hier um wieder voll zu kriegen das ist cool tut 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 jetzt überhaupt hallung gebraucht schon stoffe 2 ist jetzt muss ich noch mal kämpfen wo ich es gar nicht zu fahren habe ich die schnauft reich ist denke ich ich glaube so viel schon was passiert nicht aber ich muss sein 1000 meter irgendwo rumlaufen und schwimmen wo da keine Ahnung die sie ja ja ich bin noch im kampf hat man so sagt blitz kam alles das gefällt mir nämlich dafür blitz war ja und die fusion ihre ich kommando fusion so perfekt kann ich die beide jetzt fahren und wenn es nicht von entgegner recht dann gehe ich auf wie gar wieder und dann ansonsten habe ich drei mal wieder meine ich nicht wieder feuersturz leider voll giftklinge ja mache ich die giftklinge voll das meine ich da komme ich jetzt hier hoch also der lässt mir auch nie wohnen das meinte ich das mehr ich kann jetzt kann ich vielleicht schon länger aber ich kann so doppelten jetzt mal das cool hier geht es auch lang okay gucken wo es hier lang geht und dann das nervt ja hoffe ich doch gucken wir mal kurz was hier noch ist kämpfe ok das hat so zappt wenn sie mal zum attackieren kommen machen sie echt gut damit muss ich schon sagen bleib jetzt mal hier bitte so zappt so zappt so zappt zack zack immer aktivieren alles wir wollen es ja leveln nicht cool ok ich hab ein felsen zerstört gleich das oben auch mal muss ich gar nicht so rum wie ich es gerade versucht habe ich probiere es noch mal ob ich das so zerschlagen kann muss ja dann ok kann man hier trotzdem so rum ok ja hier war ja nicht eine truhe dann sah das nur so aus jetzt muss ich rumlaufen das nervt schon wieder also manchmal nicht so rum weiß Aaaaah! Nah, you are- Boom! Ich glaube, hier kommt nicht gleich ein Speicherpunkt, aber ich habe Foyga jetzt in der Truhe gefunden, es ist jetzt euer Ernst. Gut, ich bin wahrscheinlich zu blond, aber... So, ja, ich würde sagen, hier machen wir Cut, zack, Megatrank. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen bis hier, wenn ja, lasst ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mehr Hart, mehr Guide & Key, euer Zocke mit Herz. Ciao! I'll be with ya! Always!